Sag's nicht weiter, aber ich bin eine Schmuse-Katze. Yumi ist eine magische Katze aus Bändel und war einst die Vertraute einer Jordel-Zauberin namens Nora. Als ihr Frauchen unter mysteriösen Umständen verschwand, wurde Yumi zur Hüterin von Noras lebendigem Buch der Schwellen und reist nun, auf der Suche nach ihr, durch die Portale auf seinen Seiten. Da Yumi viel Zuneigung braucht, hält sie immer die Augen nach freundlichen Gefährten offen, die sie auf ihrer Reise begleiten kann, und beschützt sie mit leuchtenden Schilden und wilder Entschlossenheit. Buch bemüht sich darum, Yumis Aufmerksamkeit auf ihre Mission zu lenken, allerdings gibt sich diese oft weltlichen Annehmlichkeiten wie Nickerchen und Fisch hin. Letzten Endes kehrt sie aber immer zur Suche nach ihrer Freundin zurück. Yumi kommt aus der Region Bändel und nimmt im Spiel die Rolle des Supporters wahr. Und das ist ihre Hintergrundgeschichte. Im Vorland von Bändel befand sich einst ein bewaldetes Tal, in dem die Mondmotten schimmerten und die Regenbogenfische in den Flüssen wimmelten. In einem Häuschen, das zwischen sattgrünen Bäumen stand, lebte eine Yordel-Zauberin namens Nora mit ihrer Katze Yumi. Yumi besaß von Geburt an magische Schutzkräfte und genoss viele Jahre lang ein Leben voller Muße. Sie jagte Sonnenstrahlen nach und faulenzte unter den Mäusebäumen. Wenn ein Abenteuer ihr Interesse weckte, begleitete sie Nora auf Erkundungsgänge quer durch die Materiellen und die Geisterwelten. Nora verbrachte ihre Zeit damit, seltsame Gegenstände wie zerbrochene Tassen, bunte Glasscherben und Stoffe mit ulkigen Stickereien zu sammeln. Sie begutachtete jedes Artefakt mit tiefer Bewunderung, obwohl Yumi nie verstand, wozu es gut war. Nichtsdestotrotz setzte Yumi ihre Magie ein, um Nora zu beschützen und wärmte ihre Füße, wenn sie wieder nach Hause kam. Die Portale zwischen den Welten sind launisch und selten geöffnet, selbst für Geschöpfe, die so behende sind wie Katzen. Yumi sah anderen Yordle dabei zu, wie sie tagelang darauf warteten, dass sich der östliche Stern an einem bestimmten Steinbogen ausrichtete, oder wie sie ungeduldig zwischen Sumpflilien herumwarteten, um eine blühende Silberblüte im Schlamm zu finden, da sich der Durchgang erst dann zeigen würde. Doch Yumis Yordle Nora verfügte über das mächtige Buch der Schwellen, dank dem sie sofort an einen beliebigen Ort reisen konnte, der auf seinen Seiten abgebildet war. Wenn Nora ein Portal öffnete, tauchten sie und Yumi gut gelaunt in das leuchtende Papier ein, nur um wenig später am Zielort zu erscheinen. Das Buch folgte ihnen auf dem Fuße. Yumi schenkte dem Buch nie viel Aufmerksamkeit, bis sie in einer sternenlosen Nacht, nachdem sie genug Mondmotten mit ihrem Lämpchen angelockt hatte, nach Hause kam und von Nora jede Spur fehlte. Sie sah das Buch auf dem Tisch ihres Frauchens und blätterte panisch durch die Seiten, wobei sie bemerkte, dass einige komplett herausgerissen waren. Da Yumi seinen Titel nicht lesen konnte, sprach sie es in ihrer Verzweiflung einfach als Buch an. Das Buch regte sich zur Antwort und die überraschte Yumi stellte fest, dass sie zwischen dem raschelnden Papier Gedanken ausmachen konnte. Obwohl es keine Stimme hatte, konnte das Buch klar und verständlich kommunizieren. Yumi erfuhr, dass Nora an einen so gefährlichen Ort gereist war, dass sie das Portal auf ihrem Weg dorthin vernichtet hatte. Yumi wusste, dass sie Nora retten musste und wandte sich hilfesuchend an Buch. Jede seiner tausenden von Seiten führte entlang der magischen Linien, die durch die materiellen und die Geisterwelten verliefen, an einen anderen Ort. Die Seite, die Nora verwendet hatte, war verloren, doch Buch könnte sie vielleicht in ihre Nähe bringen. Yumi und Buch würden alle möglichen Schwellen auskundschaften müssen. Sie wurde unerwartet zu Buchs Hüterin und schwor, es mit dem Mut einer Löwin zu beschützen. Sollte es in die falschen Hände geraten, könnten sich die Portale nach Bändel für alle möglichen unangenehmen und gierigen Eindringlinge öffnen. Yumi und Buch machten sich auf ihre beschwerliche Reise, die sie durch gefährliche und unbekannte Länder führte. Yumi versuchte, Noras Spur im Wind zu wittern, doch ohne Erfolg. Während Yumi manchmal eine Pause einlegte, um eine Maus zu jagen oder mit einer Mütze voll Schlaf wieder zu Kräften zu kommen, war Buch frustrierend vorsichtig, missmutig aufgrund von verlorener Zeit und beunruhigte sich über mögliche Bedrohungen. Nichtsdestotrotz waren Yumi und Buch beide fest entschlossen, ihr Frauchen zu finden und sie nach Hause zu holen. Wenn Yumi Nora besonders vermisste, suchte sie sich oft andere Gefährten. Einer ihrer Lieblinge war ein Hirte mit dicken Schnurhaaren, der eine Tür trug und lachte wie ein plätschernder Bach. Yumi saß eine Weile auf seiner Schulter und schützte ihn vor wütenden Schneegeistern, die mitten in einem Hagelsturm Windstöße hervorriefen, während er ihr zappelnde Fische brachte. Irgendwann stieg Yumi endlich der Geruch ihres Frauchens in einer riesigen shurimanischen Ruine wieder in die Nase. Sie buddelte tief im Sand und legte eine blaue Tonscherbe frei, die einer von Noras Teekannen ähnelte. Bevor sie die Gelegenheit hatte, weiterzugraben, tauchte eine wilde Bestie aus dem Sand auf und Yumi und Buch konnten nur knapp entkommen. Sie wollte sich das unausweichliche Chaos kaum vorstellen, sollte eine solche Kreatur ihre Klauen in Buchs Seite schlagen. Obwohl sie ungewöhnliche Gefährten sind, haben Yumi und Buch schnell Freundschaft geschlossen, da beiden Nora sehr am Herzen liegt. Yumi sucht weiterhin überall nach Spuren ihres Frauchens, damit sie eines Tages wieder an Noras Seite in der Sonne schlummern kann. Und während Yumi zusammen mit Buch weiter nach Nora sucht, kannst du dir in der Zwischenzeit weitere tolle Geschichten anhören.